Zum 14. Mal in der Zweiten Republik wird am kommenden Sonntag der Bundespräsident gewählt. Schafft Amtsinhaber Alexander Van der Bellen die Wiederwahl, dann bleibt es bei neun Präsidenten seit 1945. Schafft es hingegen ein herausforderndes Stichwahl und gewinnt dann dort womöglich, dann wäre er der Zehnte. Ja, wie steht es um die aktuellen Chancen der sieben Kandidaten? Wir besprechen das jetzt mit dem geschäftsführenden Chefredakteur der Kronenzeitung, Klaus Herrmann. Danke fürs Kommen. Und mit Polit-Insider und Meinungsforscher Christoph Haselmeier vom IFDD. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Herr Koller. Ja, Herr Herrmann, die Krone hat ja alle Kandidaten zuletzt intensiv begleitet, beobachtet, analysiert. Und man hat den Eindruck, wenn man so die Summe der Einschätzungen der Redaktion hernimmt, da gibt es ja keine Einheitsmeinung jetzt, aber wenn man alle Geschichten so durchlässt, auch in der Krone Bunt, dann tendiert die Redaktion eher dazu, dass es nicht zu einer Stichwahl kommen wird. Ist das so? Ja, da wird uns wahrscheinlich in der Einschätzung der Herr Haselmeier recht geben und eigentlich sagen es so gut wie alle einigermaßen seriösen Umfragen, dass es zu keiner Stichwahl kommen dürfte. Also, dass der Amtsinhaber die 50-Prozent-Latte überspringt und zwar mehr oder weniger deutlich. Das ist ja eh nicht allzu viel erwartet, weil bisher, wie schon erwähnt, jeder Amtsinhaber, wenn er sich der Wiederwahl gestellt hat, es locker geschafft hat und teilweise ganz überzeugend. Allerdings, Situation war dann schon eine andere, weil in den allermeisten dieser Wahlgänge, die wir bisher erlebt haben, Wiederwahlgänge, gab es ganz wenige Herausforderer, oder kann man gar nicht Herausforderer nennen, sondern Gegenkandidaten, die meistens keine besondere Aufmerksamkeit erregt haben und dann auch nur zu schlechten Ergebnissen gekommen sind. Jetzt ist es ein bisschen anders. In Umfragen auch vom IFTT hat es vor drei, vier Wochen schon noch so ausgesehen, als käme es möglicherweise doch zu einer Wiederwahl. Da gab es so eine Phase Anfang, Mitte September, da hat es immer geheißen Alexander Van der Bellen, ist dann doch mehr oder weniger klar unter den 50 Prozent. Erst in den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, der Amtsinhaber schafft diese 50 Prozent. Was war denn da die Trendwende? Wieso ist das so? Ich glaube, die Trendwende war definitiv die Interviews der Herausforderer. Das sind ja alles Männer, sechs Herausforderer zu Alexander Van der Bellen und auch der Wahlkampf, der gut gelaufen ist für Alexander Van der Bellen. Also wie gesagt, er hat sich ja keiner einzigen TV-Konfrontation auch gestellt. Also Interviews ja, aber im 1 zu 1 Setting und mit dem Argument, man kennt ihn, man kennt auch seine Amtsführung. Und er hat auch argumentiert mit der Würde des Amtes. Und dementsprechend war es sicher so, nicht Anfang September, musst du noch ein bisschen korrigieren, aber sicher im August, dass man nicht ganz genau gewusst hat, da gab es schon auch bei uns, bei uns in den Daten Anzeichen, dass das unter 50 Prozent gehen könnte. Jetzt würde ich mich auch der Mehrheit definitiv anschließen, der Meinungsforscher, ich glaube, es gibt jetzt, glaube ich, kein einziges seriöses Institut, das eine Stichwahl auch sieht, dass Alexander Van der Bellen wohl, alles natürlich nur eine Momentaufnahme, am Wahltag über die 50 Prozent liegen wird und somit es zu keiner Stichwahl kommen wird dann am 6. November. Wobei, was die Meinungsforschung betrifft, Meinungsforschung hat sich ja in den, sagen wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder einmal geirrt, aber natürlich nicht in Österreich, sondern zum Beispiel jetzt gerade in Brasilien. Wir haben ja die brasilianischen Präsidentenwahlen erlebt, wo die Meinungsforschung, die werden wahrscheinlich mit anderen Methoden arbeiten als in Österreich, aber wo die Meinungsforschung dem Ex-Präsidenten Lula da Silva 10 bis 20 Prozent Vorsprung vor dem jetzigen Amtsimhaber Bolsonaro eingeräumt hat und dann kommt heraus, dass die beiden doch in eine Stichwahl gehen müssen. Ich denke aber, wir werden keinen Brasilien-Effekt in Österreich haben. Klaus Herrmann hat natürlich vollkommen recht, weil 2016, ja, da ist die Meinungsforschung bei der Bundespräsidentenwahl definitiv falsch gelegen. Falscher als jetzt in Brasilien. Falscher als jetzt in Brasilien, vollkommen, ja. Ich war, glaube ich, der Einzige, der vor der Kamera steht, der das auch immer wieder betont hat und auch bei Analysen, auch im Printbereich, der immer gewarnt hat, nicht nur Momentaufnahme, sondern 2016, wir sind falsch gelegen. Warum vielleicht für unsere Zuseherinnen und Zuseher? Es gibt da zum Beispiel so eine Rickholfrage, was haben Sie bei der letzten Bundespräsidentenwahl gewählt? Können Sie sich vielleicht noch der eine oder die andere noch erinnern, ob Sie in Hofer gewählt haben und Alexander Farnabellen in der Stichwahl? Aber wenn du dann weiter hineinfragst, nämlich, ob Sie Andreas Kohl gewählt haben, Hunsdorfer, Irmgard Gries oder auch andere, wird es dann, wer sollte sich daran erinnern? Oder Hunsdorfer oder Kohl gewählt? Es war ganz, ganz wenige. Und jetzt kandidieren natürlich andere Kandidaten. Das heißt, das ist natürlich dementsprechend für uns ganz, ganz schwierig zum Gewicht. Gut, wir blicken eh nach vorn. Man muss auch sagen, die Italienergebnisse, wir haben von der italienischen Meinungsforschung durchaus sehr nahe am Ergebnis vorhergesagt, aber die letzte Bundespräsidentschaftswahl, ich würde sagen, ein vollkommenes Total-Fiasko, wie man das noch nie gesehen hat. Die Meinungsforschung ist da wirklich ins Gerede gekommen. Schauen wir mal, dass diesmal sozusagen die Ehre der Branche wieder hochgehalten wird. Klaus Herrmann, spannend, wenn man zurückblickt auf die doch dichte Gemengelage eines Bundespräsidenten, jetzt bei Van der Bellen. Sowas hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Nach vielen Wiederholungen und Hin- und Herverzerrungen und geöffneten Briefkuverts hat er dann im Jänner 2017 sein Amt antreten können. Dann war es am Anfang noch relativ ruhig und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Mai 2019, Ibiza. Dann de facto fast eine Verfassungskrise mit einer Übergangsregierung dann recht elegant gelöst, aber hat es so auch noch nie gegeben. Dann kam die Corona-Pandemie kurz nachdem sozusagen die neue Regierung ins Amt gekommen ist, mit den vielen Lockdowns für Verfassungsrechtler. Und der Bundespräsident hat sich auch darum zu kümmern, auch keine einfache Phase. Und jetzt der Kriegseintritt und wie verhält sich ein neutrales Land sozusagen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das sind Prüfungen gewesen, die auf Van der Bellen zugekommen sind. Wie hat er die denn rückblickend gemeistert? Also grundsätzlich kann und muss man wohl sagen, dass er das gut gemeistert hat. Aber es ist schon interessant, das sehe ich bei unseren Leserbriefen, das höre ich bei vielen Gesprächen, dass er trotzdem sehr viele Österreicher nicht überzeugen konnte. Also dass er in Wahrheit weit über sein damals erreichtes Ergebnis jemals, nämlich knapp über 50 Prozent, weit darüber hinausgekommen wäre. Da hat man immer wieder den Eindruck gewonnen, speziell bei unseren Leserbriefen, er hätte sich dazu, dazu, dazu melden sollen. Also einen noch aktiveren, vor allem was die Wortmeldungen betrifft, hätten sich schon viele gewünscht. Andererseits muss man auch sagen, jetzt landet man schon wieder bei der Meinungsforschung, bei den Beliebtheitsrankings. Und da war er in den letzten Jahren immer mit teilweise riesigem Abstand die Nummer eins in Österreich. Gut, liegt doch daran, dass alle anderen ganz, ganz schlecht waren. Eben, das waren katastrophale Werte, fast niemand im Positiven. Ich glaube nur 5, 6 von 25 waren überhaupt im Positiven. Und wenn ich mich recht erinnere, war das nicht von Anfang an. Während Präsidenten im Allgemeinen in Österreich hohes Ansehen genießen und auch in den Popularitätswerten hohe Werte erreichen, hat er das anfangs nicht erreicht. Und erst mit dem Niedergang von Sebastian Kurz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, begann dann der Popularitätszuwachs und dann aber eben in sehr lichte Höhen. Da war ja so, Sie haben es ja gerade erwähnt, viele haben vermisst, dass er im Zusammenhang mit den Machenschaften der türkisen Teil der Regierung, als die Chats dann ruchbar geworden sind, insbesondere die von Thomas Schmidt, dass er da zu wenig Stellung gegen die Regierung und gegen den Umstand einer persönlichen Selbstbedienungsladenmentalität eingegriffen hat. Da hat er relativ viel Langmut bewiesen. Ist das das, was in den Briefen rauskommt? Das wird ihm angekreidet, genau das. Und andererseits wird es ihm von türkiser oder eher, würde ich sagen, von schwarzer Seite jetzt aber doch gelohnt, weil es gibt ja doch einige Bekenntnisse von schwarzen türkisen Granden, die offiziell sagen, sie werden Alexander Van der Bellen wählen oder sind sogar bei seiner Wahlkampfschlussveranstaltung dabei als echter Unterstützer. Also da gibt es schon eine Nähe. Also er konnte schon die ÖVP in gewisser Weise gewinnen. Das wird wohl auch damit zusammenhängen, dass er eher zurückhaltend in der Reaktion war und dass sich da aber andere sehr viel mehr, eine sehr heftigere und deutlichere Wortmeldung erwartet hätten. Christoph Haslmeier, es heißt ja immer wieder, das System verliert an Zuspruch. Wir haben viele Interviews gemacht, wo Sie sinngemäß gesagt haben, einmal, ich kann mich erinnern, die Leute haben die Schnauze voll. Das war immer sehr martialisch. Es ging oft um die Ära Kurz und die Aufarbeitung dessen. Und viele haben sich da vor den Kopf gestoßen gefühlt mit dem Gefühl, wir zahlen Steuern, die anderen nehmen einfach so viel sie können. Dieser Eindruck ist entstanden. Und trotzdem dürfte der Systemkandidat, wenn man so will, es hat ja nur die FPÖ als einzige Parlamentspartei einen Gegenkandidaten aufgestellt, dieser Systemkandidat gewinnen. Wie ist das eigentlich möglich? Wobei, ich möchte nur ganz kurz da einhaken. Ich finde es ja immer wieder lustig, wenn die FPÖ so tut, als hätte sie mit dem System nichts zu tun, als wären FPÖ-Kandidaten, sei es für die Präsidentschaft oder was immer, Antisystemkandidaten. Über das könnte man wahrscheinlich denken. Donald Trump lässt grüßen, ein Milliardär, der sagt, er ist der kleine Mann von der Straße. Aber wieso gewinnt das System trotzdem so eindeutig? Naja, schauen wir uns das einmal an. Also, der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist definitiv der Systemkandidat. Nämlich, wenn ich von dem Altbundespräsidenten unterstützt werde, wenn ich von vier Parlamentsparteien unterstützt werde, von den Sozialpartnern, von NGOs, von der Zivilgesellschaft, dann bin ich natürlich Teil dieses Systems. Und da wäre es meines Erachtens die größte politische Blamage in der Zweiten Republik, wenn ich diese gebe und den neuen Landeshauptleuten. Mit der Landeshauptfrau Mikl Leitner unter anderem in Niederösterreich. Alle neun unterstützen ebenfalls Alexander Van der Bellen. Und auch Altlandeshauptleute. Also, wenn ich da nicht über 50 Prozent der Stimmen käme am Wahltag, dann wäre es für mich definitiv die größte politische Blamage in der Zweiten Republik. Aber 50 Prozent der Menschen in diesem Land glauben an das System sozusagen, wenn man das so werten kann. Ich würde sagen, dass über 50 Prozent selbstverständlich an das sogenannte System in Österreich glauben. Das definitiv schon. Aber er wird ja geballt wirklich von allen unterstützt. Dann noch ein ehemaliger EU-Kommissar Franz Fischler, der erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Ottmar Karas. Also, das ist ja wirklich sehr breit. Gut, das ist alles System in den Augen vieler. Genau, das ist Kirchenvertreterinnen und Vertreter. Also, wie gesagt, nicht nur römisch-katholische Kirche, auch andere Glaubensgemeinschaften. Also, dementsprechend wäre es sicher eine Riesenüberraschung, wenn er diese 50 Prozent plus eins ja nicht schaffen würde. Das muss man definitiv so sagen. Nicht nur eine Riesenüberraschung, sondern eine fürchterliche Schlappe wäre das natürlich. Absolut. Wie ich gesagt habe, die größte politische Blamage in der Zweiten Republik. Anders kann man es, glaube ich, da nicht sehen. Danach sieht es ja nicht aus, obwohl man sagen muss, dass ja nur 50, 55 Prozent auch nicht wahnsinnig viel ist, wenn sich alle für einen einsetzen und alle anderen in Summe sich kannibalisieren. Aber schauen wir uns doch jetzt einmal die einzelnen Kandidaten an. Wir haben uns für sie umgehört, wie die anderen so ticken. Walter Rosenkranz etwa, von dem Klaus Herrmann sagt, die FPÖ versucht immer wieder, sich als Nicht-Systempartei darzustellen. Kennen wir ja Vorbilder aus der USA, wo es irgendwie ähnlich läuft. Aber man ist ja doch schon seit Jahrzehnten im Parlament und zwar teils auch in der Regierung. Ja, Walter Rosenkranz lässt ja unter anderem damit aufhorchen, die Regierung auflösen zu wollen und zwar relativ rasch. Schauen wir mal, wie er das sieht. Naja, wer hat denn diese Krisen für Österreich herbeigeführt? Ist es vom Himmel herunter gesegelt oder ist es ein gerüttelter Maß, das die Regierung mitverschuldet hat? Mit der Zustimmung zum Beispiel zu den Sanktionen gegenüber Russland, die uns das Gas in die Höhe treibt vom Preis her. Also der Verursacher wird jetzt auf einmal exkulpiert. Ja, jetzt sind wir aber in der Krise drinnen. Was macht ein Unternehmen bei einem Manager, die sagt, ein falsches Management in der Autoindustrie sorgt dafür, dass dieses Unternehmen in die roten Zahlen schlingert und in der Krise ist? Und dann sagt der Aufsichtsrat, jetzt sind wir in der Krise, jetzt können wir die, die das eingebrockt haben, nicht austauschen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, wir halten uns daraus. Österreich ist neutral. Seit 1955. Also an sich ist es eine Position gewesen, die uns aus den Trümmern und aus den Lehren von zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert zu einer Position gebracht hat, wo wir sagen, wir wollen niemals mehr in irgendeine kriegerische Auseinandersetzung hineingezogen werden. Egal, wer Recht hat, Unrecht hat, Krieg ist immer furchtbar. Wir wollen aber da nicht mitmachen. Und aus dieser Position hat Österreich nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil gemacht. Es wurde aus der Neutralität im Staatsvertrag auch von vier Mächten, USA, Großbritannien, Frankreich und Russland garantiert, dass Österreichs Neutralität und Staatsgebiet unverletzlich ist. Und letztlich hat sich Österreich auch präsentieren können und darstellen können als Brückenbauer. Und diese Funktion haben wir auch verspielt. Ich meine, derzeit wird die Friedenspolitik, die Vermittlungspolitik von der Türkei aus gemacht. Also ist das wirklich unsere Idealvorstellung? Also ich glaube, Staatsmänner wie Fiegel, Raab und Kreisky, um dabei welche zu nennen, die nicht der Freiheitlichen Partei oder meiner Gesinnungsgemeinschaft angehört haben, die würden das so nicht akzeptieren. Und ich glaube, das sollten wir wieder zurückbesinnen. Und daher auch ein Wahlslogan von mir, holen wir uns unser Österreich zurück. Es ist genau dieses Österreich. Ich bin Zecken geimpft, ich bin als Kind Pocken geimpft worden. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Impfung irgendwann einmal gekriegt habe, habe ich keine Ahnung. Aber das waren nur Ärzte, die mir gesagt haben. Weder die Bundesregierung noch der Herr Brunner sind für mich ärztliche Autoritäten des Impfens oder des Nicht-Impfens. Für mich geht es darum, dass jeder Einzelne die Freiheit hat. Und der Sündenfall dieser Regierung war die Impfpflicht. Ja, viele verschiedene Themen jetzt bei Walter Rosenkranz. Je nachdem, welcher Umfrage man mehr glaubt, liegt er so zwischen 12 und 18 Prozent, eher Richtung 18. Klaus Herrmann, einer der zentralen Aussagen waren, Österreich habe seine Funktion als Brückenbauer verspielt, weil wir bei den Sanktionen mitmachen. Ist da nicht schon noch was dran? Also zunächst einmal muss man glaube ich sagen, mit Politikern müssen wir alle miteinander niemals Mitleid haben. Aber fast habe ich ein bisschen Mitleid. Der Kandidat Rosenkranz hat jetzt Umfragewerte, wenn es tatsächlich deutlich, mehr oder weniger deutlich unter 20 Prozent bleibt, liegt es deutlich unter den Ergebnissen, die Herbert Kickl mit seiner Partei bei allen anderen, sei es bei Bundesumfragen oder in den Ländern hat. Daran wird er gemessen werden, klarerweise. Insofern ist er ein wenig ein armer Tropf, aber vor allem, weil er so viel Konkurrenz in seinem Teich hat. Das hatte Norbert Hofer 2016 gar nicht. Da gab es Irmgard Gries und Hunsdorfer und Kohl und was war da noch alles? Zum gefühlt x-ten Mal womöglich Lugner, ich weiß es nicht, aber Lugner auch damals. Aber den rechten Bereich hat Norbert Hofer damals eigentlich allein abgedeckt. Und das hat er dann auch schon beim ersten Wahlgang sehr gut in Stimmen umsetzen können. Das heißt, er kann eh sagen, was er will inhaltlich. Er hat das Schicksal, sich es mit zwei, drei anderen teilen zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Und da ist derselbe Topf. Das Potenzial dafür gibt es sicher. Und es gibt natürlich ein Potenzial für Kritiker der Sanktionen. Es gibt ein Potenzial bei vielen Menschen, die glauben, man müsste mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine anders umgehen. Man müsste eben aktive Friedenspolitik betreiben. Weil er auch erwähnt, das machen jetzt die Türken, naja, so richtig, dass die Türken, die ein sehr viel größeres Land sind und sich tatsächlich irgendwo zwischen Russland und dem Westen positioniert haben, da geht es erlaubt gesagt auch nichts weiter. Also, dass da das klitzekleine Österreich noch eine Rolle, wie in den 70er Jahren Bruno Kreisky spielen könnte, davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Rosenkranz und die FPÖ spielt natürlich immer gerne die Neutralitätskarte. Warum? Man schaut natürlich auf die Umfragen. Je nachdem, 75 bis 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher halten am System der Neutralität noch immer fest. Im Gegensatz zu Schweden und Finnland, die ja gerade im Ratifizierungsprozess rund um die NATO sich befinden. Die Ungarn und die Türken müssen hier noch zustimmen, 28 weitere Staaten haben bereits zugestimmt. Aber Rosenkranz ist ja natürlich auch Volksanwalt und Tourist und der müsste wissen, dass es den Lissabon-Vertrag gibt, den sogenannten EU-Vertrag, den Paragraf 42. Und den kann man sich mal durchlesen, weil wir haben de facto eine Beistandspflicht unter den EU-Mitgliedstaaten. Eine Beistandspflicht und dementsprechend sind wir schon lange quasi nicht mehr neutral in diesem Sinne, wie sich das vielleicht jetzt die eine Zuschauerin oder der eine Zuschauer vorm Fernseher jetzt vorstellt. Nämlich, wenn ein Land angegriffen werden sollte, das sich innerhalb der Europäischen Union befindet, dann müssen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Beistandspflicht leisten. Das heißt, wir sind mittendrin. Aber wir haben ja öfters auch schon über das Thema gesprochen, wenn Sie Erhebungen gemacht haben, über die Bereitschaft der Österreicher Sanktionen mitzutragen. Das, was er da sagt jetzt, Österreich verliert seine Brückenbauerfunktion. Ist das mehrheitsfähig in irgendeiner Art und Weise oder steht nach wie vor die klare Mehrheit der Österreicher doch mehr oder weniger deutlich hinter den Sanktionen? Wir haben im Auftrag der Kronenzeitung Anfang September 1000 Menschen repräsentativ befragt, vom 5. bis zum 9. September. Aber 78 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben hier angegeben, während Wladimir Putin seine Kriegsziele weiterverfolgt, leiden wir unter den Sanktionen. Stimme eher zu und stimme sehr zu, wie gesagt, 78 Prozent. Das heißt, das merken selbstverständlich die Menschen draußen. Das bekommt man auch tagtäglich im Gasthaus, im Wirtshaus oder im Nobellokal auch mit. Aber wenn man dann die Zusatzfrage gestellt hat, was dann ebenfalls in der Kronenzeitung zu lesen war, nämlich ob sich Österreich dafür einsetzen sollte, auf europäischer Ebene, dass die Sanktionen gelockert werden sollen, sagen Anfang September immerhin noch immer 54 Prozent nein und nur 37 Prozent ja. Der Rest hat sich dazu nicht geäußert und hat gesagt, weiß nicht, keine Angabe. Gut, sehr spannend. Das mag sich mutmaßlich im Laufe der Zeit auch ändern. Natürlich. Da zählen natürlich auch Wochen und Tage. Das ist jetzt schon ein Monat her, aber tendenziell ist dieser Wert ziemlich gleich geblieben. Kann man davon ausgehen, dass Walter Rosenkreuz, Klaus Heimann hat es schon gesagt, sich im Wesentlichen am Wahlsonntag nur verteidigen wird können, weil er wird definitiv unter dem FPÖ-Ergebnis landen, was für ihn ja kaum als Erfolg verkauft werden kann? Schauen Sie, Herr Koller, das ist so wie bei der Geburtstagsparty, da ist eine Torte und da ist mein Stück, da steht Walter Rosenkranz drauf. Und jetzt kommt dann der böse Gerald und der böse Tassilo, das sind so die Rabauken und die nehmen jetzt da vom Stickel ein bisschen was ab. Und dementsprechend wird es natürlich so sein, dass vom Tortenstück her weniger übrig bleibt. Eis bei repräsentativen Umfragen, der Freiheitlichen derzeit bei der sogenannten Sonntagsfrage, wenn wir Nationalratswahlen hätten. Oder auch in den Bundesländern. Chefredakteur Klaus Heimann hat es ja angesprochen. Definitiv, warum, der Gerald Gross fischt in diesem Sektor Tassilo Valentin, ein bisschen Brunner, wobei der und auch die MFG voraussichtlich eines der letzten, das letzte Aufbäumen am Sonntag wohl sein wird. Auch gegenüber dieser Partei, man ist ja in Tirol krachend gescheitert, kann durchaus meines Erachtens von einem One-Hit-Wonder sprechen, ist jetzt bei repräsentativen Umfragen bei rund zwei Prozent die MFG. Vielleicht haben sie sogar drei. Aber zu Michael Brunner kommen wir noch. Aber die knabbern natürlich alle an der Torte. Wobei man trotzdem, wie vorher schon besprochen, vergleichen darf und vergleichen wird vor allem mit den Wahlen, mit dem ersten Wahlgang von 2016. Und da hatte der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer eben zur allgemeinen Überraschung von uns Journalisten und von euch Meinungsforschern 35 Prozent. Und die Mehrheit, das ist ja immer wieder in Vergessenheit geraten. Der Mann hat im ersten Wahlgang die meisten Stimmen gehabt. Ja, also er war ein relativer Sieger. Relativer Sieger. Was man jetzt sieht, sehr spannend, sehr spannend auch, wenn man sich die Detailergebnisse derzeit ansieht, bleiben sehr viele Wählerinnen und Wähler der SPÖ und ÖVP zu Hause. Und auch das schadet natürlich auch Walter Rosenkranz als Kandidat. Und die Älteren, die gehen mehrheitlich zur Wahl und höher Gebildetere. Das spricht eher für den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Und die Jungen, ja, die gehen zwar auch zur Wahl, aber nicht in einem Ausmaß wie die 60-plus-Generation. Das heißt, wir werden auch am Sonntag, da lehne ich mich raus, einen gefühlten Generationenkonflikt wieder haben in Österreich, dass zum Beispiel sehr viele Junge zu Dominik Vlasny, dem Gründer der Bierpartei, die im Übrigen gerade in Wien acht Prozent bei Umfragewerte haben und somit im Wiener Gemeinderat werden. Das darf man nicht vergessen. So, Vlasny, kommen wir auf ein Statement noch, aber vorher, Klaus Herrmann, kurzer Teaser, bevor wir in die erste Werbepause gehen. Einen Kandidaten kennen Sie besonders gut, Tassilo Wallendin, hat viele, viele Jahre für die Kronenzeitung geschrieben. Hätten Sie eigentlich je gedacht, oder gab es da Anzeichen, jetzt schon vor den Verhandlungen mit der FPÖ, die er ja auch geführt hat, dass der Mann ernsthaft in den Ring steigt? Anzeichen insofern, als immer wieder Reaktionen auf seine Kolumnen kamen, wo Leser sich wünschten, dass ein Mann wie er mit seinen Meinungen doch in die Politik gehen müsste. Insofern gab es diese Anzeichenreaktionen darauf, seinerseits kenne ich nicht. Dann haben wir eben gehört, dass die FPÖ das überlegt und möglicherweise mit ihm auch verhandelt. Da kam dann nichts raus und letzten Endes eine doch überraschende Kandidatur von Eigerner Garten. Ja, das war dann doch überraschend, glaube ich, auch für die Redaktion. Dann hat man sich sozusagen da gefunden. Glauben Sie, hätte er mit der FPÖ im Rücken mehr abräumen können? Das ist eine gute Frage, die wir jetzt irgendwie beantworten können, aber wir werden nie ein Wahrheitsbeweis. Das ist das Schöne für die Meinungsforscher. Aber ich würde sagen, definitiv ja. Weil es den Rosenkranz dann nicht gegeben hätte. So ist es ja, definitiv. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Man wird nicht einfach zusammenzählen können, die Werte von Rosenkranz plus Valentin, aber... Aber er wäre dann ganz klar eigentlich ohne Wenn und Aber die Nummer zwei gewesen. Das ist ja jetzt wahrscheinlich Rosenkranz, aber hätte es Rosenkranz nicht gegeben und Valentin wäre am FPÖ-Ticket gesegelt, dann wäre er eindeutig zweiter geworden. So schaut es aus, um bei der Formulierung zu bleiben. Milchmädchenrechnung natürlich. Es kann natürlich schon auch sein, und das war, glaube ich, auch seine Entscheidung, weil er sich nicht verkaufen wollte an die FPÖ, dass er jetzt Wähler auch anzieht, die vielleicht einen FPÖ-Kandidaten nicht wählen wollten. Aber das ist jetzt alles natürlich irgendwo im Kaffeesud herum zu lesen und können wir auch nicht verifizieren. Ja, wie tickt Tassilo Valentin und was sind seine großen politischen Ziele? Wir sehen uns das gleich miteinander ein nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen zurück bei unserer Expertenrunde zur Analyse der sieben Bundespräsidentschaftswahlkandidaten für den kommenden Sonntag. Ja, wir haben es schon angekündigt. Tassilo Valentin, er kandidiert als unabhängiger Kandidat. Nach früheren Versuchen mit der FPÖ gemeinsam in den Ring zu steigen, macht er das jetzt eben alleine. Ja, wie sieht er die kommende Wahl und etwa auch die Frage, ob seine Wortwahl immer wieder zu heftig ausgefallen ist? Das wird ihm ja mitunter vorgeworfen. So sieht er das Ganze. Wenn Sie sich anschauen, dass der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes davon spricht, dass wir kriegswirtschaftliche Zustände haben können. Er spricht von einem möglichen Ende der Marktwirtschaft. Das sagt die Europaministerin Edtstadler. Wir werden durch einen Teil der Tränen gehen. Sie spricht davon, dass Corona nur eine Krise zum Aufwärmen war. Ich meine, das ist noch eine schlimmere Rhetorik, wenn man das so sieht. Und ich denke leider, dass die Sorgen berechtigt sind. Aber die gute Antwort oder die gute Nachricht lautet, das kann man alles verhindern. Wir können das im Griff kriegen. Die Lösungen sind da. Die sind sehr leicht umsetzbar. Und das ist eben der Grund, warum ich antrete. Das muss nicht sein. Wir können das aufhalten. Es sind keine Naturtakastrophen, die bei uns hereinbrechen, sondern das ist allein Folge falscher Politik. Und die kann man ändern. Ich bin gegen überhaupt keine Volksabstimmung. Ich bin ein Freund der direkten Demokratie, immer gewesen. Ich bin immer dafür eingetreten. Ich bin ein Fan der Schweiz. Das habe ich auch immer gesagt. Ich finde, das funktioniert ganz toll. Denn für mich ist der Bürger der Chef und nicht der Politiker. Der Politiker ist der Diener des Volkes und muss es auch sein. Aber das Souverän ist das Volk. Und es gibt für mich nicht eine einzige Frage, die ich nicht das Volk entscheiden lassen würde. Also das heißt, ich würde das Volk alles entscheiden lassen. Das macht mir überhaupt kein Problem. Also deswegen fürchte ich auch keine Abstimmungen. Denn letztlich sollen die Österreicher über ihr eigenes Schicksal immer entscheiden können. Wenn man aus den Sanktionen aussteigt, dafür wäre ich, muss man aber auch aktive Friedenspolitik betreiben. Das heißt, wir müssen mit den Akteuren reden. Friedenspolitik ist immer Realpolitik. Natürlich kann man sich wünschen, ich habe es einmal polemisch gesagt, dass der Papst der Präsident Russlands wird. Aber ist es nicht. Das heißt, wir müssen mit den Akteuren reden, weil es unter allen Umständen gilt, einen Krieg in Europa zu vermeiden. Das ist das Allerwichtigste. Denn das kann uns alle ins Unglück stürzen. Ja, durchaus eine ähnliche Botschaft wie Walter Rosenkranz, die aktive Friedenspolitik. Das wird von ihm und wir hören es ja dann auch noch von Michael Brunner von der MFG, der das noch viel, viel radikaler formuliert, von allen eingefordert. Und offenbar erwartet man, dass eine große Anzahl von Österreicherinnen und Österreichern das auch so sieht. Das ist die Frage, wie groß diese Anzahl der Österreicher ist. Aber was Darsilo Valentin sicher liefert, sind klare Worte. Und das wünschen sich schon viele klare Worte. Wir haben eingangs schon gesprochen über Kritik an Alexander Van der Bellen. Ein Hauptthema war für viele dann immer wieder, dass er eben zu wenig klare Worte findet und ausspricht. Dieses Manko hat Darsilo Valentin ganz sicher nicht. Er spitzt zu, er findet sehr klare Worte, hat teilweise sehr explizite Meinungen. Bei der Friedenspolitik, bei der Neutralität, ja, auch da trifft er sicher die Meinung vieler. Ob er das dann am Sonntag in Stimmen ummünzen kann oder in ausreichend Stimmen ummünzen kann, um tatsächlich in eine Stichwahl zu kommen, da darf man allerdings dran zweifeln. Da trifft er ja durchaus auch die FPÖ-Meinungen, allerdings nicht beim Impfthema, zumindest die des Parteiobmanns. Ist ja auch nicht so, dass in der FPÖ jeder ganz klar den Blick von Kickl hat. Weil er auch Rosenkranz betont hat, dass er geimpft ist. Eben, weil er auch den Rosenkranz da erwähnt. Auch das ist ja eine schwierige Rolle von Rosenkranz, muss man ganz offen sagen. Kommen wir zum Geld, da gibt es ja ganz interessante Erhebungen. Der Mann bekommt durchaus einiges von Frank Stronach, unter anderem ja auch ein dreiseitiges Inserat in der Kronenzeitung, das ihm das mühsame Einsammeln der Unterschriftserklärungen, der Unterstützungserklärungen damals erspart hat. In etwa 150.000 Euro stehen jetzt da so im Raum. 148.000. 148, also um es exakt zu sagen. Ist er damit diskreditiert als Kandidat der Reichen? Ich glaube, Tassilo Valentin war natürlich in einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite ist er relativ spät in die Vorwahlkampfphase gestartet. Er musste ja die 6.000 Unterschriften liefern. Und ohne Geld ist das fast unmöglich. Gibt es andere, gibt es zwar jetzt auch ein Beispiel, Kollege Groß hat es über Social Media gemacht und Staudinger hat auch sein Netzwerk, speziell in Niederösterreich, aber auch in Oberösterreich. Aber ohne Geld schafft man es sonst nicht auf dem Stimmzettel. Somit hat er natürlich das Geld von Franz Stronach gebraucht. Und damit hat er meines Erachtens den größten politisch-strategischen Fehler gemacht. Also er scheint ein guter Anwalt zu sein. Sofern ich das beurteilen kann, bin ja auch nicht in der Branche. Aber ich kann es von der politischen Seite einordnen. Strategisch-politisch hat er einen Riesenfehler gemacht mit Frank Stronach. Wenn man sich das anschaut, wird er quasi immer vermischt mit der Kandidat von Frank Stronach. Und dieses Projekt von Franz Stronach, ich habe es schon mal gesagt, das ist verglüht wie eine Sternschnuppe. Dieses politische Projekt, nicht das wirtschaftliche in Österreich. Über das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist beeindruckend, was man hier gemacht hat. Aber das Team Stronach, das waren am Ende des Tages so salopp, so wie man mich kennt, politische Totalversager im österreichischen politischen System. Wurden dann ja auch zu Recht, meines Erachtens, aus dem Parlament hinausgefegt. Wobei viele eine Heimat dann bei der ÖVP gefunden haben. Auch bei der ÖVP, bei Sebastian Kurz und so weiter. Stimmt natürlich. Aber dementsprechend hat er natürlich jetzt den Rucksack Frank Stronach. Und Frank Stronach gilt als politisch unsympathisch in Österreich. Und damit kommt er nie in eine Stichwahl. Das ist ausgeschlossen. Wobei sich Tassilo Valentin ja gerne hier sieht als der große Herausforderer. Aber ich muss es objektiv hier machen. Also ich lehne mir raus, Tassilo Valentin keine Chance auf die Stichwahl. Frank Stronach war von Anfang an so quasi mit an Bord. Auch wenn es nur unter Anführungszeichen 148.000 Euro waren. An Unterstützungen, die er bekommen hat. Und das hat ihm massiv geschadet. Da haben wir auch ein Interview gemacht, das viele Wellen ausgelöst und Sand aufgewirbelt hat. Als er sich da rausgelehnt hat mit dem Rucksack Frank Stronach. Acht bis zehn Prozent in etwa die Bandbreite der Umfragen jetzt. Klaus Herrmann, es wundert mich schon, dass jemand, und Christoph Hasl hat mir jetzt gerade gesagt, ein erfolgreicher Anwalt ist. Ich meine, 150.000 Euro ist jetzt nicht nichts. Aber wenn ich ein Lebensprojekt habe und Bundespräsident werden möchte, müsste man eigentlich annehmen, dass man da 150.000 Euro aufbringen kann als erfolgreicher Anwalt. War das gescheit? Wobei ich dazu sagen muss, wenn dieser Rucksack so sehr betont wird, dieser 150.000 Euro Rucksack, welche Rucksäcke die Herren Van der Bellen oder auch Rosenkranz... 2,1 Millionen, 2,2 Millionen. Natürlich. Das sind wahre Lasten. Aber bei denen redet man nicht so viel drüber, hat man den Eindruck. Ja, ich glaube aber auch, dass, wenn ich mich so umhöre, die Menschen, die den Dassilo Valentin schätzen, die sehen dieses Rucksäckchen ist da hinten so klein. Also wenn es kein Erfolg wird bei Dassilo Valentin, dann wird es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren sein, aber nicht dieses Rucksäckchen. Und wenn es ein Erfolg wird, umgekehrt gilt dasselbe, dann ist es auch eine Mischung aus vielen verschiedenen Facetten. Aus dem Grundbedürfnis, dass jemand Klartext spricht, sich massiv für den Schutz der Neutralität ausspricht und so weiter. Aber auch da ist es dann, wenn er ein gutes Ergebnis erzielt, wird es kein Erfolg für Frank Fronach sein. Er hätte wirklich das Potenzial gehabt, etwas auf die Beine zu stellen in Österreich, wenn er es unabhängig gemacht hätte. Da geht es jetzt nicht um die 150.000 Euro. Das ist vollkommen egal. Da hat Klaus Herrmann vollkommen natürlich auch recht. Da geht es aber um Frank Fronach. Und ich werde immer quasi mitgenommen als Dassilo Valentin mit Frank Fronach. Egal, welche Zeitung Sie aufschlagen, egal welches Medium, das ist ein Thema. Und Frank Fronach ist politisch unsympathisch in Österreich. Und damit zieht es ihm runter. Und wie gesagt, das konnte er nicht wissen. Wie gesagt, er ist Anwalt, er ist kein Politikstratege. Vielleicht hätte er sich mit ein paar davor unterhalten können, weil er hätte viel mehr Potenzial gehabt, wenn er das anders aufgezogen hätte. Somit pickt das quasi wie ein Rubeltattoo auf ihm und er wird es nicht laufen. Ich sage es nochmal, dieses Tattoo sehe ich ganz klein irgendwo unterm Sarko wahrscheinlich. Sehr interessant, finde ich spannend. Diese Diskrepanz ist ja ganz wichtig, dass wir die aufrechterhalten. Ja, rund 8 bis 10, 11 Prozent derzeit die Erhebungen. Kurz Zeit ist ja noch, aber es würde fast ein Wunder geschehen müssen, damit der Walter Rosenkranz überholen kann. Ja, auch sehr klare Aussagen. Michael Brunner von der MFG ist immer wieder hier auch bei uns zu Gast. Ich war am Anfang extrem erstaunt über die Klarheit solcher Aussagen. Nach hunderten oder gefühlt tausenden Interviews kennt man ja schwurbler Antworten eigentlich wie das Amen im Gebet. Der Brunner spricht die Dinge auch relativ klar an, aber trotzdem, man hat den Eindruck, er ist primär zu sehr aufs Impfthema reduziert, oder? Also das Impfthema spielt im Moment einmal gerade keine Rolle und das wird es am kommenden Sonntag wohl auch keine Rolle spielen. Wir haben eh schon kurz über Tirol auch gesprochen. Kann sein, dass der Erfolg bei den Landtagswahlen in Oberösterreich im vergangenen Jahr ein One-Hit-One, da war eine Eintagsfliege und MFG mit einem schlechten Ergebnis an diesem Sonntag dann schon weg vom Fenster ist. Davon gehe ich auch aus. Ja, so schnell kann es möglicherweise gehen. Michael Brunner mit einer aktuellen Aussage aus seinem Wahlkampf. Hören wir mal kurz rein. Wie ich gesagt habe, ich war seit 16. März 2020 unentwegt für die Bevölkerung tätig. Wo war er? Er war nicht tätig. Er hat auch als Volksanwalt nichts für die Bevölkerung gemacht. Er hätte ja aufstehen können, er hätte seine Stimme erheben können, gegen die Maßnahmen sich einsetzen, Verfassungsgerichtshofbeschwerden schreiben, beziehungsweise entsprechende Muster auch für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Das haben wir oder beziehungsweise ich habe das ja alles gemacht. Wir haben damals gegen das Impfpflichtgesetz alle möglichen Muster auf unsere Homepages gestellt. Und wenn Hunderttausende davon Gebrauch gemacht hätten und das hätten sie getan, dann wäre es zum Lockdown der Bürokratie gekommen. Und es ist auch ein wesentlicher Verdienst von MFG, beziehungsweise mir natürlich im Zusammenhalt mit dem gesamten, unter Anführungszeichen, Widerstand, dass das Impfpflichtgesetz gefallen ist. Und der Rosenkranz wäre das Impfpflichtgesetz, der selbst geimpft ist, mit Sicherheit nicht gefallen. Ich glaube, dass es etwas anderes ist, wenn ein Macron mit ihm verhandelt oder ein Olaf Scholz, als wenn hier jemand kommt, der sagt, ich bin neutral, ich komme aus einem neutralen Land, wir sind der Neutralität verpflichtet und ich möchte hier Neutralitäts- und Friedenspolitik betreiben. Es gibt, man muss beide Standpunkte hören. Man muss den Standpunkt von der Ukraine hören, man muss den Standpunkt von Russland hören und dazwischen vermitteln. Das mache ich ja oder habe ich ja auch im Kleinen gemacht zwischen Streitparteien, wenn ich meinen Mandanten gegen einen anderen Mandanten eines Anwaltes vertreten habe. Für mich ist die Prämisse verhandeln, verhandeln, verhandeln. Ja, wiederum ein ähnliches Thema. Man merkt schon, diese Mittelrechtskandidaten spielen alle dieses Verhandlungsthema und die aktive Neutralitätspolitik sozusagen. Und zwar das dritte Muster hintereinander, aber auch der Versuch der Abgrenzung von Walter Rosenkranz. Brunner bezeichnet ja Rosenkranz auch als Systemkandidaten. Das ist sozusagen der Einzige, der das anspricht, was Sie vorher gesagt haben. Er hat ja nicht ganz Unrecht. Er hat ja nicht ganz Unrecht, ja. Aber bei aller Ehr, die Frage, ob der Bundespräsident Brunner mit Wladimir Putin verhandeln wird, ich glaube, da braucht man keine Meinungsforschung dafür, um das mit hundertprozentiger Sicherheit auszuschließen. Also Brunner wird nicht gefragt sein, ob er Frieden zwischen Russland und Ukraine wiederherstellen kann. Ja, da hat man den Eindruck, viele agieren da auch aus massiver Selbstüberschätzung heraus. Zwei bis vier Prozent der Zustimmung aktuell. Die MFG kommt tatsächlich nicht einmal mehr ansatzweise an ihre Ergebnisse vom letzten Jahr heran. Liegt das daran, dass das Impfthema wirklich weit weg ist und die MFG es nicht geschafft hat, andere Themen aktiv zu spielen? Chefredakteur Klaus Herrmann hat das vollkommen richtig schon davor gesagt. Das Impfthema ist derzeit kein Thema und man hat es marketingtechnisch verabsäunt, andere Themen wirklich auch in den Vordergrund zu bringen. Also von verschlossenen Polstertüren vorne auf die Bühne. Das hat man nicht gemacht und somit ist man wahrscheinlich ein politisch gescheitertes Projekt. Man ist in Oberösterreich dort, aber ich glaube, wir müssen es in Wirklichkeit auch medial dann so auch sehen. Die MFG, wie zum Beispiel die Kommunisten, das dürfen wir auch nicht vergessen, bitte, die Frau Bürgermeisterin K. von Graz. KPÖ dort Nummer eins, die KPÖ ebenfalls im steirischen Landtag. Dementsprechend spielen aber die Kommunisten österreichweit bei repräsentativen Befragungen keine Rolle. Und ähnlich sehe ich das bei einem regionalen Phänomen wie der MFG in Oberösterreich. Wir haben ja auch die Liste Fritz jetzt gerade gehabt in Tirol oder schon sehr lange das Team Kärnten mit dem Gerhard Köfer in meinem Heimatbundesland. Wobei man ja dazu sagen muss, der Herr Brunner versucht sich schon auf Themen draufzusetzen, jenseits der Impfpflicht. Von der Impfpflicht spricht niemand, an die denkt niemand. Die kommt auch nie und nimmer. Dafür braucht man die MFG nicht. Auf andere Themen versucht er sich schon draufzusetzen, aber die werden sicher von Rosenkranz und Valentin weitaus besser und attraktiver behandelt. Und ich glaube, da sind andere stärker und glaubwürdiger. Ich muss auch dazu sagen, da sind auch andere, wie auch immer man zu Ihnen persönlich steht, aber auch andere Persönlichkeiten als der Herr Brunner. Ja, sehr spannend. Ein anderes, eher urbanes Phänomen, wie man immer wieder liest, auch in der Kronenzeitung und in anderen Medien. Dominik Flassny, 8 bis 12 Prozent. Wenn er die 12 Prozent einfahren würde, wäre er klar am dritten Platz. Hinter dem Amtsinhaber und möglicherweise Walter Rosenkranz. So, für Walter Rosenkranz ein Ergebnis unter 20 Prozent ja eher ein Desaster wäre, wäre für Flassny ein Ergebnis bei 12 Prozent wohl eine wirkliche Überraschung. Wieso steht der Mann so gut da? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn er 12 Prozent bekommt oder was auch immer, die Stimmen werden nicht vom potenziellen Rosenkranz, Valentin oder Brunner-Wählern kommen, sondern vom potenziellen Wählern von Alexander Van der Bellen. Das heißt, da gehen Alexander Van der Bellen natürlich in seiner Hälfte oder wie auch immer, gehen Stimmen verloren, weil Alexander Van der Bellen, wie wir es schon länger besprochen haben, als Systemkandidat punziert ist, von vielen so wahrgenommen wird, obwohl das 2016 überhaupt nicht war, sondern als ehemaliger Grünen-Chef eigentlich ein Antisystemkandidat war. Aber das kann Flassny jetzt ein bisschen spielen, diese Karte. Er ist der linke Antisystemkandidat. Und er ist nicht 78, sondern 35. Er sammelt die Jungen. Darf überhaupt erst heuer? Ganz knapp war das. Ja, arschknapp, wie Van der Bellen sagen würde. Ich habe es von drei Tagen oder fünf Tagen. Aber man merkt ja auch, dass speziell die Kampagnenleitung vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen nervös ist. Wenn man durch die Wiener Innenstadt derzeit spaziert, sind ja nicht alles Wienerinnen und Wiener, die uns heute zusehen. Dann sieht man zum Beispiel Bier trinken, aber Van der Bellen wählen auf Plakaten. Speziell in den sogenannten inneren Bezirken. Das heißt, man wird hier nervös. Wenn wir in die Daten reinschauen, sehen wir, dass er speziell bei den Jungen und im urbanen Bereich sehr gut ankommt. Ich sage auch wahrscheinlich deswegen, ich sage das so liebevoll und salopp, wie man mich kennt. Er hat natürlich sowas wie einen quasi noch politischen Welpenschutz, der Dominik Wlassen. Er hat jetzt noch keinen quasi wehgetan. Er sitzt in elf Bezirksvertretungsparlamenten in Wien drinnen. Wien hat natürlich die Bierbrunnen überall den Antrag gestellt, aber drüber hinaus drei bis vierhundert wirklich durchaus vernünftige Anträge. Und wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern von ÖVP, SPÖ, Freiheitliche, aber auch den Grünen spricht, in diesen Bezirksvertretungen in Wien sagen sie, die machen das eigentlich sehr professionell und gut für diese Größe, wie sie aufgestellt sind. Und er gilt sicher als dieses Antisystem, hat noch niemandem wehgetan und ist für mich sicher auch im urbanen Bereich sehr, sehr stark. Er hat natürlich ein Riesenproblem, je älter die Personen werden, die zur Wahl gehen und je ländlicher es wird, desto schwieriger tut er sich. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass er bei den letzten Landtags- und Gemeinderatswahlen in Wien ist zwar in ein paar Bezirksparlamente, aber nicht in den Gemeinderatswahlen. Ja, deutlich mit 1,8 Prozent, aber jetzt hätte man in Wien, gibt es derzeit zwei, drei Umfragen, bei anderen Kollegen stand er bei sieben Prozent, bei uns stand er bei acht Prozent in den Umfragen, wie gesagt, alles nur Momentaufnahme, aber er wäre definitiv drinnen. Also hat er schon gut gemacht, aber sicher dieser politische Welpenschutz, er hat noch keinen Wehgetan, dadurch hat man noch nicht den Piehänder ausgepackt und auf ihn einmal drauf gedroschen. Könnte soweit sein, wenn er nach der Bundespräsidentenwahl, und das würde ich überhaupt nicht ausschließen, sagt, naja 2024, falls wir 2024 wählen sollten, also spätestens natürlich wählen wir dort, bei der Nationalratswahl dann antritt, ja dann wird er speziell auch für Sozialdemokraten, Grüne und auch andere gefährdet. Das ist es ja, es ist ein Wert von Dominik Flassi, der sich jetzt seine Bekanntheit sozusagen antrainiert hat, von denen ja viele sagen, das war der eigentliche Grund der Kandidatur, ein mittel- und langfristiges politisches Projekt hochzuziehen. Wir werden sehen. Jedenfalls, die Umfragen jetzt zur Präsidentschaftswahl liegen über den letzten politischen Ergebnissen, etwa auch in Wien. Und was man daraus machen kann, muss er uns dann selber erklären in vielen Interviews. Etwa hat er uns aber auch schon erklärt, was ihn von Alexander Van der Bellen unterscheidet, die er in einem ähnlichen Wählerteich vielleicht fischen und wie er die Amtsführerschaft des Amtsinhabers eigentlich sieht. Ich glaube, Alexander Van der Bellen hat einen guten Job gemacht zu Beginn seiner Amtszeit und in den letzten Jahren bin ich einfach nicht zu 100 Prozent zufrieden. Es ist aber auch keine Kandidatur gegen Alexander Van der Bellen, sondern es ist meine Kandidatur und ich stelle mich der Wahl und die Leute entscheiden dann letzten Endes, wo sie das Gleiterl hin machen. Wie gesagt, ich kandidiere gegen niemanden, sondern für mich und die Dinge, für die ich stehe. Der Bundespräsident ist nicht dazu da, Wahlergebnisse umzudrehen. Das ist nicht seine Aufgabe. Also das, wie das Land wählt, das hat er zu akzeptieren. Aber Kickl und Kahnar hätten sie nicht angelobt. Naja, ich denke auch nicht, dass Kickl und Kahnar durch meine unabhängige, transparente Expertenkommission durchgesaust werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und man sieht jetzt im Nachhinein im Abgang auch, dass das auch keine gute Besetzung war oder bei Herrn Kahnar nach wie vor ist. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass er in dem Amt nicht gut aufgehoben ist. Man kann sich jetzt einzelne Akteure raussuchen, ob ich die angelobt hätte oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man in Zukunft, wenn man in die Zukunft blickt, einfach genauer anschaut, sind sie befähigt oder nicht. Und wenn jemand ein Schirmherr eines Tollfußmuseums ist, dann ist er wahrscheinlich nicht in seiner Integrität dazu befähigt, österreichischer Innenminister zu sein. Ja, Dominik Vlasny, beim Green-Begräbnis zu sehen, ist vielleicht schwer vorstellbar, aber inhaltlich, und das war bei vielen Interviews jetzt auch zu bemerken, hat er schon Statements, die weit über das hinausgehen, was man einem Vertreter der Bierpartei unter Anführungszeichen so unterstellen würde. Er hat sich intellektuell durchaus einiges überlegt. Man muss auch sagen, und das war überraschend, der Mann war mit 24 fertig ausgebildeter Arzt. Also es versteckt sich ein ziemlich intellektueller hinter dem Rockröhrenmusiker. Wobei man dazu sagen muss, man kann sich ihn sehr schwer vorstellen als österreichischer Vertreter beim Begräbnis der Queen. Man kann sich aber auch sehr schwer vorstellen, dass er tatsächlich entscheiden müsste, wer Innenminister wird oder was auch immer. Also diese Frage wird sich wohl nicht stellen. Gut vorstellbar, dass er nach den nächsten Gemeinderatswahlen in Wien mit einer relativ starken Oppositionsfraktion in das Wiener Rathaus einzieht, dass er vielleicht ein, zwei, drei, vier Prozent auch bei Nationalratswahlen erreichen wird können. Präsident wird er sicher nicht. Ja, die Werte, wir haben schon erwähnt, an die aber unter oder plus, minus zehn Prozent in etwa. Trotzdem, er hat das Zeug dazu, den dritten Platz zu erzielen womöglich. Er hat das Zeug, weil natürlich die Wahlen prinzipiell im urbanen Bereich entschieden werden. Er hat nur einen Nachteil, dass er bei Älteren nicht punktet oder nicht so stark punktet. Und das fällt ihm natürlich auf den Kopf, weil speziell ältere Personen, wir werden es am Sonntag sehen, eher zur Wahl gehen als dann die Jüngeren. Die Jüngeren gehen vielleicht feiern und haben dann ein bisschen Kopfschmerzen am Sonntagmittag und dann ist vielleicht auch noch das Wetter schön. Und dann trifft man sich halt mit der Freundin und mit dem Freund, als man dann so quasi als gestandene Österreicherin oder gestandener Österreich das Wahlrecht auch in Anspruch nimmt. Und das ist natürlich relativ schwierig. Aber im urbanen Bereich wird da sicher die eine oder andere Überraschung hinbekommen. Denke an Graz, denke an Innsbruck, selbstverständlich auch hier in Wien. Wobei man im urbanen Bereich, wie wir wissen, länger wählen kann, als im Dorf draußen, wo die Wahllokale schon zusperrt. In Wien haben die Wahllokale, glaube ich, 17 Uhr offen und in Graz und Innsbruck genauso. Also da geht es sich schon aus, auf die Alben gehen, dann ein Bier zu trinken und dann die Bierpartei oder den Kandidaten der ehemaligen Bierpartei zu wählen. Ja, wir werden sehen, was dabei herauskommt. 66 Prozent knapp war die Wahlbeteiligung zum letzten ersten Wahldurchgang im Jahr 2016. Was dann gefolgt ist, haben Sie wahrscheinlich in schlimmster Erinnerung Annullierungen, Verlängerungen, aufgerissene Kuverts und dann endlich die entscheidende Stichwahl über ein Jahr nach dem allerersten Durchgang im Dezember 2017. Ja, so wird es heuer whole hoffentlich nicht kommen, wie es aussieht, dürfte es zu keiner Stichwahl kommen. Wir sehen uns aber noch einen Kandidaten an, gleich nach einer kurzen Pause. Ja und damit wieder herzlich willkommen zurück bei unserer Analyse-Runde. Wie geht es den Kandidaten zur kommenden Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag? Nur noch ganz, ganz kurz. Zeit ist ja unentschlossener zu überzeugen oder zu mobilisieren, dass viele zur Wahl hingehen. Ja, einen haben wir noch. Heinrich Staudinger. Muss man dazu was sagen? Das hat uns eh alles gesagt, ja? Ja, ich habe schon vorher bei Marco Bogo Vlasny gesagt, dem aber immerhin 10 Prozent zugetraut werden, er wird nicht Präsident werden. Bei Staudinger kann man es erst recht sagen, er wird garantiert nicht Präsident werden, das ist auch gut so. Ja, ein bis zwei Prozent sind aktuell nur die Prognosen. Er hat tatsächlich jetzt keine großen Wahlspenden im Hintergrund, er hat auch keine bekannten Unterstützer, die man hat. Aber man könnte ja meinen, die Zivilgesellschaft unterstützt ihn, weil er hat ja dieses aufsehenerregende Verfahren damals gegen die Finanzmarktaufsicht geführt. Quasi David gegen Goliath, da hat er sogar gewonnen. Eigentlich könnte man ja annehmen, der Mann hat sehr viel Sympathien, aber er bringt es im Moment scheinbar nicht so auf den Boden. Zuerst nochmal, das ist schon beeindruckend, dass Staudinger es überhaupt auf dem Stimmzettel geschafft hat. Die 6.000 Unterschriften, das ist schon noch eine Hürde in Österreich. Es sind ja viele andere gescheitert, das waren ja knapp 25 Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber Staudinger, das meine ich jetzt gar nicht so böse als Politikanalyst, ist natürlich ein wenig schrullig, um das sehr liebevoll hier auszudrücken. Hat ganz eigene Ansichten bis hin zu gewissen Verschwörungstheorien, die er auch immer wieder auch bei anderen TV-Sendern von sich gegeben hat. Also bin hier auch wieder beim Chefredakteur Klaus Herrmann, das ist schon gut, dass er nicht Präsident wird. Aber er wird schon wohl für ein Prozent gut sein. Aber schauen wir uns ihm jetzt einmal an, oder? Ja, wir schauen uns an, denn der Mann hat auch einen Lieblingskommunisten. Wer das ist, das sagt er uns jetzt gleich selbst. Jeder Wiffel-Hauptschüler weiß schon, dass die Konzerne entweder gar keine Steuer zahlen oder fast keine zahlen. Und jeder Kleinunternehmer kann ein Lied davor singen, wie die Behörden oft auch erbarmungslos ihre Forderungen in diesen Betrieben durchsetzen. Und Zehntausende sind kaputt gegangen. Und die, die nun werken, die möchte ermutigen und sagen, wir sind die, die die Zukunft gestalten müssen. Wir sind die, die die Wirtschaft wieder in die Region zurückbringen müssen. Weil das, dass wir alles kreuz und quer durch die Welt transportieren, ist nicht gut für Mutter Erde. Das ist eine Riesenenergieverschwendung. Und wir verlieren ja nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die Fähigkeiten. Wenn man keine Schuhe mehr machen kann, dann gibt es ja keine Leute mehr, die Schuhe machen können. Mein Lieblingskommunist ist der Ernest Kaltenegger von Graz. Der, glaube ich, auch einen starken christlichen Hintergrund hat. Und der zum Beispiel auch als gutverdienender Politiker es verweigert hat, mehr Geld zu nehmen als der Durchschnittslohn in Österreich. Und so gesehen ist er ein Vorbild für mich. Und ich sage es auch so, das Präsidentengehalt Monat für Monat zu verschenken, wird mir ein Vergnügen sein. Ja, durchaus ein populistischer Ansatz, aber es hört ihn niemand offenbar. Ja, wir werden von diesem Präsidentengehalt, glaube ich, nicht profitieren im Heinrich-Staudinger-Topf. Aber weil er den Ernest Kaltenegger aus Graz, also den Mann, der die KPÖ in Graz groß gemacht hat und der Vorgänger von der jetzigen Bürgermeisterin KS erwähnt hat, würde ich die These wagen, die ja Gott sei Dank auch nicht bestätigt werden muss, dass der Ernst Kaltenegger, der ja noch immer unterwegs ist, auch wenn er keine politischen Funktionen mehr hat, wahrscheinlich ein besseres Ergebnis erzielen würde als der Herr Staudinger. Sehr interessante, sehr interessante These. Es ist ja überhaupt so, dass manche, man muss sie nicht beweisen, wir Journalisten stehen auch ein bisschen am Prüfstand, aber vor allem die Meinungsforschung am kommenden Sonntag. Aber es ist ja ganz interessant, dass viele, von denen man vermutet hat, Kaltenegger war jetzt nicht im Gespräch, aber zum Beispiel Irmgard Gries oder andere oder Brigitte Bierlein, dass es manche, die die 6.000 Unterschriften wohl spielend geschafft hätten, es nicht versucht haben. Ich nehme an, eine Frau unter den sieben hätte da ganz schön abräumen können. Hätte durchaus abräumen können. Wir haben auch Befragungen gemacht. Also Bierlein wie Gries hätten Alexander Van der Bellen in die Stichwahl gezwungen. Das war klar, aber die können gut miteinander, die kennen sich auch und dementsprechend wollte man sich nicht wehtun. Und die ÖVP und die SPÖ, und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, hätten meines Erachtens auch eine gewisse Chance gehabt. Früher hat es immer so geheißen, dass man gegen einen amtierenden Bundespräsidenten nicht gewinnen kann. Das war einfach so. Und dementsprechend hat die Sozialdemokratie und die Christdemokraten in Österreich gesagt, na gut, wir stellen niemanden auf. Hätte man auch anders machen können. Aber Van der Bellen, ja, der wird es wohl jetzt im ersten Mal sagen. Der Leuchtturmkandidat der ÖVP ist mir jetzt auch nicht klar, weil das sein sollte. Denken wir an Franz Fischler zum Beispiel, wenn er angetreten war, der strahlt auch in andere politische Kreise auch noch hinein. Aber da hätte es schon Kandidatinnen und Kandidaten gegeben. Ich glaube auch, dass Brigitte Bierlein schon Chancen gehabt hätte, weil sie im Van der Bellen-Lager genauso grasen würde wie im Rest des riesigen Teiches. Aber das Gerücht haben wir ja alle miteinander ein paar Tage lang gehört, dass Brigitte Bierlein vielleicht gegen Alexander Van der Bellen antritt. Völlig absurd. Brigitte Bierlein kennen, wir kannten sie teilweise in ihrer Funktion als Höchstverfassungsgerichtshofpräsidentin. Aber ansonsten hat sie ihre Bekanntheit und ihre teilweise Popularität allein Alexander Van der Bellen zu verdanken, der sie zur ersten Bundeskanzlerin Österreichs gemacht hat. Gegen den wird sie antreten. Schauen wir uns das an beim nächsten Wahlgang vielleicht. Aber das war völlig absurd, dass sie antreten würde. Ja, nächster Wahlgang gegen Ende der Sendung. Sie haben es schon angedeutet, ein bisschen schwingt ja auch das Alter der Kandidaten mit. Auf der einen Extremsituation, Dominik Flasne mit gerade noch überhaupt quasi qualifiziert fürs Rennen. Extrem ist ja das auch wieder nicht. Wir hatten ja einen Bundeskanzler, der gleich alt ist wie Marco Boro, Dominik Flasne. Da gab es das alte Klima, der ist schon wieder in der Polit-Rente. Der ist schon wieder in der Rente, in der Früh-Rente. Aber auf der anderen Seite eben Alexander Van der Bellen, der jetzt bald den 79er hat. Und wenn er sechs Jahre durchdient, dann definitiv mit Abstand der älteste Bundespräsident ist zum Zeitpunkt seines Abtankens. Und davon geht man aus, dass er das jetzt schafft. Und er ist dann 85, 86 Jahre alt. Es ist dann schon erstaunlich, bei Joe Biden sieht man das ja etwa auch, dass es dann doch in der Masse keine jüngeren Kandidaten gibt, die den älteren weißen Männern, wie es jetzt immer wieder heißt, das Wasser abgraten können. Weil Sie es schon beiden ansprechen, da gibt es ja immer wieder Beobachtungen, wo man sich als Weltbewohner wirklich fürchten muss, dass er der Verteidiger und der Retter der Welt sein sollte oder müsste, weil er Aussetzer hat, weil er plötzlich irgendwas sagt, was man nicht sagen sollte oder auch verwirrt wirkt. Also da haben wir, glaube ich, alle miteinander von Alexander Van der Bellen den Eindruck, dass er sich bei bester geistiger und auch körperlicher Gesundheit, in bester körperlicher Gesundheit auch befindet, da man sich da derzeit keine Gedanken machen muss. Und ich würde auch noch kurz daran erinnern, dass man im Wahlkampf 2016 wurden von verschiedenen Seiten sehr böse Gerüchte über den Gesundheitszustand gestreut. Wenn man jetzt Alexander Van der Bellen für seine Amtszeit, für seine Sechsjährige kritisiert, dann kann man das aus saglichen oder polemischen Argumenten, aber nicht, weil er so alt oder krank oder sonst was gewesen wäre. Definitiv. Da ist man gar nicht in Erinnerung, dass da irgendein Zwischenfall war. Kein ernsthafter Blick noch in die Zukunft. Die Wahl scheint relativ klar zugunsten Alexander Van der Bellens zu laufen. Natürlich mit Einschränkungen in den letzten Minuten, allerletzten Meter vorm Ziel, aber die Demoskopie ist sich da ziemlich einig. Aber trotzdem Blick in die Zukunft. Beim nächsten Mal werden die Karten dann völlig neu gemischt. Beim nächsten Mal wird es völlig neu gemischt. Wir haben aber jetzt auch gefühlt täglich TV-Konfrontationen. Da kann definitiv noch etwas in Bewegung kommen, wenn dort ein Kandidat jetzt das Licht gestallt aus diesen Konfrontationen rausgehen sollte. Bis jetzt hätte ich es nicht gemerkt. Aber nochmals, 2016 ist die Meinungsforschung bei der Bundespräsidentenwahl, weil es ganz schwierig vorherzusagen ist, einfach falsch auch gelegen. Das muss man auch immer wieder sagen. Es gibt die Fehleranfälligkeit auch hier am kommenden Sonntag. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wird, ist sehr, sehr hoch. Aber vielleicht wachen wir doch noch mit einer Stichwahl auf, wobei es sehr gering ist. Und beim nächsten Mal, ja dann werden wieder alle politischen Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten nominieren. Und das Spiel geht wieder vom Neuen los. Stichwahl wäre, wenn es dazu kommen sollte, was ja jetzt eher nicht anzunehmen ist, aber angenommen es wäre so, dann tatsächlich jene mit Walter Rosenkranz, oder? Tendenziell ja. Und Brunner und Staudinger und manch andere Kandidaten werden genauso wenig, auch bei der nächsten Wahl genauso wenig österreichischer Präsident wie Lula da Silva oder Jair Bolsonaro werden. Ja, sehr spannend. Danke für die eingehende Analyse. Teils auch sehr launisch. Wir werden ja sozusagen am Sonntag sehen, was rauskommt. Für uns immer wieder der Elchtest. Jetzt lassen wir uns groß schon raus und dann kommt alles ganz anders womöglich. Vielleicht vergeht uns dann das Lachen. Ja, werden wir sehen. Vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio. Ja, und falls Sie es interessiert, wir haben sehr viel vor. Am Sonntag eine sechsstündige Live-Sendung hier mit vielen Schaltungen und Kandidaten, teilweise die auch zu uns ins Studio kommen. Am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Ja, damit vielen Dank für Interesse an diese Analyse. Gehen Sie am Sonntag wählen. Das ist das Allerwichtigste. Es gilt, knapp 66 Prozent zu verteidigen. Vom letzten ersten Wahlgang 2016 sollten wir heuer hoffentlich drüber kommen, auch wenn Prognosen das eher anzweifeln. Wir werden sehen und berichten darüber. Vielen Dank für Interesse. Auf Wiedersehen.